Heute ist es ein Strick, im Norden muss zur Nacht gehen, wie sich das gehört, dass niemand mehr bei dem Verkehr und Verkehrsverkehrt. So, wir fahren mal schön langsam an. Im Hotel zur Nacht die Gart, da will ich jedenfalls zwei, drei Mal Das ist eine kleine Begrüßungsrunde. Hallo und herzlich willkommen. Er sitzt in einem Karussellbaujahr 1939, meine Bergen-Tal-Nahe, dabei ein Fast-Gropplet aus Holz gebaut. Dies ist unser Karussell über 50 Jahre eingeladert in einem Schuppen, wir haben es zufällig gefunden, sieben Jahre lang aufwendig restauriert und es befindet sich hier und heute in einer nahezu hundertprozentigen Originalzustand. Mit dieser Art und Ausführung das letzte Exemplar und damit auch einmalig auf der ganzen Welt. So, jetzt wollen wir mal sehen, was die alte Kiste noch kann. Ich bin tot voller Konzentration. Achtung, Achtung, denke meine Damen und Herren. Wir fahren Töpfen. Alle Wetter, allen zu betreten. Ja, was haben die Mädchen so gern, die ihr Schülchen und die ihr sauer? Kaum es nass in ihr Mädchen die Sternen, dann träumen sie alle davon. Ja, was haben die Mädchen so gern, die ihr Schülchen und die ihr sauer? Schon es nass in ihr Mädchen die Sternen, dann träumen sie alle davon. Ja, was haben die Mädchen so gern, die im Spülchen und die im Salon so wie sieht es aus hier? Geht es euch noch gut? Sitzen Sie auch noch bequem, ja? Und schaffst du einfach mal rumpeln? Komm, weiter geht doch, wieder. Ich drehe noch einmal an meine Fahrt. Achtung, Achtung bitte. Wir fahren Tempo auf geht. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung! Und wer ist das, ist ja? Paumel, wir fahren dich und wir fahren, wir fahren dir ein richtig gehi iter. Geht es euch also noch mehr lang? Ich bin die Kasse in Räuber, ich blick mir an der Sonne, ich hab ein Vier, oh ja, zuhause in deinem Salon. So wie mich werde gleich, wenn die Leute aus dem Saal, den hau ich in die Seite, lauf dring ihm aus wie alt. Wenn ich nicht an den Finger, abends nach Hause bringen, dann sag ich dir noch mal, das war eine Fahrt ins Paradies, die Karussell-Sensation, Bauern 1939. Wir bedanken uns recht herzlich für den Besuch und wünschen euch noch einen wundervollen Tag, noch viel Spaß und gute Laune. Dankeschön.